Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und ich bitte zu entschuldigen, dass ich mir heute einfach mal Thomas Banke als Kronzeuge und zwar ungefragt hier mit reingeholt habe, was man vielleicht am Titel schon gemerkt hat. Da komme ich nachher noch zu. Schöne Grüße nach Frankfurt aus Kiel. Du bist natürlich jederzeit, Gerte, zur weiteren Diskussion hier auch eingeladen. Aber das ist ein anderes Thema. Zu der gesamten Zusammenhänge kommen wir gleich noch. Jetzt erst mal die nackten Fakten. Wir schauen uns nämlich den Thronsaal des Palpatines beziehungsweise Imperators an. 807 Teile für 99,99. Steilepreis 12,39 Cent. Erschienen jetzt Anfang Mai und ich habe das Ganze für knapp 60 Euro gekauft. Und ja, das Ganze ist ein Diorama, ist ein 18 Plus Set. Das heißt, man kann damit spielen, aber das ist eigentlich nicht Sinn des Ganzen, sondern das hat gefälligst auf der Anrichte zu verstauben, beziehungsweise sollte öfter Entstaub werden, weil das Schwarz, was hier durchaus und Grau hier überwiegt, neigt dazu, Staub quasi anzuziehen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sehen hier noch zwei Stangen. Auch die werden wir gleich noch gebogen am Modell finden. Und die Anleitung ist natürlich auch dabei. Die Szene beruht auf dem Ende von der Rückkehr der Jedi-Ritter. Je nachdem, wie man zählen will. Aber nach offizieller Zählung ja der sechste Film. Und das Modell ist 17 Zentimeter hoch, 21 Zentimeter breit und 17 Zentimeter tief. Sollte also auf einem handelsüblichen Bord Platz finden können. Und das Modell ist vielleicht noch das gute Stichwort auch. Ich habe mal die Bauschritte ein bisschen mitgefilmt hier auf dem Balkon bei schönstem Sommerwetter in Norddeutschland. Das ist nach Bauschritt 1. Da ist tatsächlich relativ wenig Buntes, sondern es ist einfach keine Grundplatte. Übrigens alles ist auch bedruckt, was wir hier sehen. Wir sehen da hinten als Minifigur ist Luke dabei mit neuem Haarteil. Und zwei Gesichter hat er übrigens. Und das wird gleich noch verkleidet werden. Da kommt nämlich die Treppe. Die gute Showtreppe. Und da, ja, teilweise im Film passiert ja auch unter der Treppe. Aber das wird hier ein bisschen eng. Wir sehen hinten, da ist hier was gebogenes. Da passiert gleich noch was. Da kommt noch was ran. Und da sehen wir auch schon, wo denn Palpatines Stuhl sitzen kann. Da oben das Loch. wird gleich noch gefüllt werden. Und da kann er sich dann, auch wenn es langweilig wird, mal ein bisschen links und rechts drehen. Der Gute. So, da haben wir schon das Tor in eine andere Dimension. Nein, das Tor raus aus dem Todesstern. Wir befinden uns nämlich auf dem Todesstern der zweiten Variante. Und da ist das Fenster. Und diese hier gebogenen Stangen, die dienen dazu, dann dieses Ausladende vom Fenster dort reinzuklicken. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Das hält auch alles gut. Also das ganze Set ist wahnsinnig massiv. Ich kann überall anfassen. Ich habe nichts gefunden, wo was abfällt. Hier sehen wir vorne, dass theoretisch hätte man da auch schon die Blaupause für Stargate. Ja, aber hier hinten, das sehen wir, da kommt das Fenster jetzt. Da wird es ein bisschen dröge. Das ist Tütengruppe 4. Ach ja, das wiederholt sich. Wobei die Gesamtbauzeit ja so etwas über eine Stunde ist. Also wenn man sich wirklich Zeit lässt anderthalb, er baut sich erschreckend schnell. Es ist ungefähr eine Folge von Drei-Frage-Zeichen-Kids, was mein Sohn die parallel gehört hat. Da unten sehen wir auch schon, da sind noch so Klammern drüber. Da kommt nämlich das Fenster rein. Das ist auch bedruckt, aber es ist nicht reingedrückt, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass rund auf eckig immer so seine Probleme hat. Hier sehen wir nochmal, wie schön das auch durchaus passiv hält. Sondern es ist da reingelegt. Es kann also sozusagen in dem Ding, würde man es drehen können. Es ist aber in dem Sinne fest. Es wird fest gehalten und also so gesehen für mich kein Negativpunkt. Ja, dann versuchen wir uns da mal ein bisschen im Fazit auch ranzutasten. Und dass ich heute mal Thomas Panke als Referenz mit ran ziehe, wird hier nicht zum Standard werden. Aber es zeigt so ein paar Dinge, auf die es sich lohnt, vielleicht an dieser Stelle einfach mal einzugehen. Deswegen auch, weil eben Titel eines Videos nicht alles ist. Ich muss zugeben, der Titel von dem Video, was er da verwendet hat, das provoziert mehr, als es in dem Video selber hält. Weil auch er ist der Meinung und dem schließe ich mich voll und ganz an. Das ist ein ordentliches Set. Das ist schön und hat keine Sticker. Es ist alles hier bedruckt. Es fängt die Szene im Rahmen des Möglichen, wie ich finde, ganz gut ein. Klar, die Größenverhältnisse sind nicht überall ganz richtig. Wie zum Beispiel hier diese Control Panels, wo die ja dann auch teilweise reinspringen. Ja, da springt eben nichts hinein. Aber ich finde vor allem schön gelöst hier diese Ausbuchtung des Todessterns. Das baut sich zwar in Tüte 4 nicht so spannend, weil man hier die Dinger alle gleichzeitig oder immer wieder baut und das sich ein bisschen sehr wiederholt. Aber ich finde, am Ende wirkt es einfach cool. Also dieses Dreidimensionale für so ein Diorama ist eine ordentliche Lösung. Und auch die Minifiguren sind gut. Also wir haben einen Palpatine, der mal ein bisschen stechenderen Blick hat. Wir haben endlich bessere Haare für den guten Luke. Ja, und gut, der Darth Vader, den hatten wir zwar schon beim TIE Bomber in dieser Form, aber der ist auch wieder ordentlich. Also der gehört ja zu den besseren Varianten davon. Also kann ich gut ein Leben. Das ist ja hier auch wieder an der Seite bedruckt. Das finde ich schön. Bei den anderen ist es da etwas dröger. Und ja, also klar, das ist die Treppe. Man hätte da auch noch irgendwie unter der Treppe, das, weil da auch noch gekämpft wird. Und es fehlt natürlich dieser ganze Bereich, wo der gute Palpatine ja nachher dann auch, ja, Schwerkraft. Ist das Schwerkraft? Wie auch immer das da symbolisiert wird. Also wer hochsteigen will, kann auch tief fallen. Und da ist ja dann so eine Röhre. Die ist hier nicht. Dafür aber immerhin kann man ihnen hier unten ja dann seine Zitterdinger rausholen lassen, mit dem dann Luke, also sagen wir mal so schauspielerisch, da will man nicht der Schauspieler gewesen sein an der Stelle. So wie der dann zittern musste da. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da kommt aber auch dann dieser Spruch hierher. Der macht ja Palpatine dann richtig wütend. Und I'm a Jedi, like my father before me. Das, der wusste noch, wie man provozieren konnte. Und ja, da wird es heiß, wir haben ein bisschen hier was Geheimes. Also da es ja überhaupt kein Spielset ist, finde ich es auch okay, dass es nur hier ein, zwei Noppen noch hat. Da können wir nämlich dann sozusagen die Situation nochmal nachbauen, je nachdem, wer man gerne hinlegen möchte. Wo dann unsere Protagonisten sich nochmal niederlegen. Und je nachdem, welche Szene man gerne haben möchte. Oder ob man einfach einmal alles umschreiben will. Kann man auch Palpatine da hinlegen. Wie auch immer. Das ist jedem selbst übernommen. Mehr hat das Set zwar auch allerdings nicht. Und das ist die große Kritik, beziehungsweise ich kenne keinen, Anführungsstrichen, Fanboy, der in irgendeiner Form hier wegen des Preises eskaliert. Alle, die ich gelesen, gesehen oder auch gesprochen habe, sagen, das Set ist wahnsinnig überteuert. Das sieht nicht wie 100 Euro aus. Jetzt kann man das Problem von verschiedenen Seiten angehen. Erstens, man kann es einfach so hinnehmen und sagen, mir doch egal. Zweitens, beziehungsweise damit einhergehend, dann oftmals das Ergebnis, dass man das Set an vielen Stellen viel günstiger bekommt. Ich habe unter 60 Euro dafür bezahlt. Ist immer noch, wie ich finde, für das hier viel Geld. Aber es finde ich dann für mich okay. Also weil ich was Schönes habe, was ich hinstellen kann. Minifiguren und so. Also ich finde es eine geradlinige Geschichte für 60 Euro, ja. 100 Euro? Nein. Und so sieht es eben auch nicht aus. Da, obwohl der Teilepreis Star Wars typisch ist. Es sind aber relativ viele kleine, es sind natürlich auch nur Fliesen. Also, ja, das macht das Ganze eben schwierig, beziehungsweise man könnte jetzt nicht mehr auf den Standpunkt stellen. Ja, dann behandeln wir es eben als 60 Euro. Was jetzt so ein typischer Preis ist, eher so um die 70 Euro Set. Und 100 Euro, ja, das ist eben so ein Preis, der steht auf dem Papier. Lego kann viel auf Papier schreiben oder ins Internet. Interessiert doch keine Sau, wer sich da an diesen Preis reibt. Jein, das ist allerdings wahrscheinlich etwas zu einfach gedacht. Weil natürlich dieser Preis auch Auswirkungen auf die Händlerpreise hat, die ich nicht kenne. Aber ich gehe schwer davon aus, dass die Händlerpreise eben so sind, dass nicht jeder mit 60 Euro das Set bepreisen kann und sagen kann an seine Kinder abends, ja, nee, das mit der Ausbildung, das klappt schon irgendwie. Und was Warmes zu essen, ja, das kriegen wir auch einmal die Woche jetzt hin. Nein, ich befürchte, das ist tatsächlich zu gewagt, da jetzt zu sagen, das ist einfach. Also natürlich kann man auch sagen, na gut, dann haben wir am Ende aller Tage eben nur noch die Amazons und Alternates dieser Welt. Und ja, dann wird der Lego-Fan, kriegt dann da eben sein Zeug. Wobei die Frage dann immer weiß, ob dann, wenn es nur wenige sind, die Preise immer noch so günstig sein werden. Und zum anderen finde ich es ja eigentlich cool, auch Händler zu haben, die sich mehr engagieren als nur über den Preis und Sachen auch versuchen über Beigaben, über guten Service, Beratung oder einfach vor Ort sein und Sachen anfassen können oder noch kurzfristig für den Geburtstag besorgen zu können, dass die das machen. Und wenn die dann wegsterben, weil sie es eben einfach nicht mehr finanzieren können, dann leiden wir alle drunter. Ja, also, so gesehen, das Ganze ist kompliziert. Für die Set ist es eine einfache Geschichte. Ich finde, das ist hübsch. Das sieht okay aus. Das ist, ja, hier natürlich, ja, man kann da durchgucken. Herrgott, aber der echte Todesstern hatte, glaube ich, auch so seine Lücken. Und ja, man kann auch metern, dass hier unten keine echte Platte ist, aber zum Hinstellen völlig okay, wenn man da drunter, hey, das wäre sogar vielleicht ganz cool, wenn man darunter eine Lampe bauen würde. Und dann, ja, zum Hinstellen eine coole Sache. Es ist wirklich eigentlich mehr oder weniger der Preis. Das ist es. Und das kriegen wir nicht wegdiskutiert. Das können wir uns schönreden, das können wir uns schlechtreden. Die Diskussion ist wie immer natürlich nicht nur eröffnet, sondern wird ja seit Jahren geführt. Und da habe ich jetzt meinen Senf auch noch zu gemacht. Und Stimme so gesehen, Thomas und damit als ganze Conclusio, voll und ganz zu, ein ordentliches Set, aber viel zu teuer. Und man hat durchaus tatsächlich das Gefühl, Lego würde hier testen, was denn so geht und wie die Sachen sich denn verkaufen würden. Übrigens noch mal ganz kurzer Blick, kurzer Blick auch in die Anleitung, weil wir es noch nicht gemacht haben. Wir haben hier ein bisschen kurz Hintergrundinformationen. Hier sehen wir auch nochmal, wie Opa nochmal von hinten guckt, wie die Kinderchen sich so ein bisschen kloppen auf dem Flur. Da sehen wir auch hier, da ist auch durchaus, ja, kann man so durchgucken. Also hier sind diese, da, diese beiden doch hier deutlich größeren Kontrollpanels, in die man sich reinsetzen kann. Aber ansonsten grundsätzlich, ach, guck mal, da sitzt Opa, ne? Und er sagt sich, Mensch, ja, wenn mein Suspensorium nicht nur so zwicken würde, ich würde sofort mitkämpfen. Macht er aber nicht. Kommt er später, ne? Da hat er seine, da kommen sie, die zacken. Da wird's wild, das Ganze. Jo, baut sich flüssig. Ich erwähnte ja auch schon, Tüte 4 ist dann eben ein bisschen dröge, aber ansonsten keine Sticker, ordentlich. So, das war's. Mein Senf dazu. Was ist eure Meinung? Wir sehen und hören uns. Bis bald dann und tschüss. Bis bald.